Sooo! Hallöchen Leute und herzlich willkommen! Zurück! Zu einer weiteren Folge Carousel Krishers! Nee, ist gar nicht Carousel Krishers! Beidegut Kriter! Nein! Mit dem Knochi! Ich bin nur ein Toast! Oh, das ist Weihnachten! Sollte man meinen Kopf wechseln! Zur Zeit der Aufnahme! Rentier! Okay, ist das das weihnachtlichste, was wir haben? Scheinbar schon! Doch bestimmt irgendwas mit einer Mütze! Ansonsten bin ich halt einfach ein behindertes Rentier! Ist mir auch egal! Ein Affe, ein Pirat, ein Typ mit einer Brille, ein Koch, eine Katze, ein Haus! Nee, ist jetzt alles nicht so weihnachtlich! Nee! Nicht wirklich! Nee, auch nicht! Oh, das Gehirn ist natürlich sehr weihnachtlich! Also... Oh, eine Bombe! Ein König! Eine Giraffe! Ähm... Ein Toast! Ja, ich glaube... Ich bin heute einfach mal explosiv! Gut! Ja, wir spielen jetzt das siebte und wahrscheinlich letzte Kapitel durch! Hoffentlich, letzte! Ja, hoffentlich, letzte! Aber ich glaube, danach ist es echt vorbei, endlich mal! Bitte! Ich habe keine Lust mehr auf dieses Spiel! Ja! Wir werden auch gemeinsam gehen! Ja, klingt gut! Klingt nach Abschluss! Aber es hat ja Spaß gemacht! Das kann man dem Spiel nicht absprechen! Es wird bloß ein bisschen nervig am Ende! Aber es ist lustig! Aber nervig! So! Und schlimm! Okay! Da sind irgendwie alle Gems in einer Ecke! Hab ich gesehen! Was passiert denn da? Da kann ich nicht rein! Da müssen wir einen Stein hinzuhören! Okay! Ah! Dann müssen wir da hoch! Das ist zu viel für mich! Okay, da können wir auch nicht lang! Doch! Wenn's aus ist! Aha! Wenn's aus ist! Ähm... Tja! Ja, der Checkpoint da oben! Ja! Das ist richtig! Ah! Guck mal! Das hört sich ja damit an! Ah! Ah! Nein! Ach! Da musst du den draufwerfen! Auf die andere Richtung! Auf dieses Steinschleuderteil! Ja! Genau! Du musst... Oh mein Gott! Wo land ich denn? Ah! Guck mal! Genau! Du musst das ja auch fahren, das Ding! Ja, ja! Ups! Du bist behindert! Also immer nur bei dir! Ups! Du musst... Du musst... Okay, das war ziemlich lustig! Oh, das geht schon super los! Also ihr habt gesehen, ich hab trainiert! Mann, jetzt! Soll ich dir helfen dabei? Ne! Ich krieg das hin! Ganz sicher! Ja! Guck! Oh! Ich hab... Das Spiel vergletscht! Mann! Hör auf damit! Ach komm schon! Das ist mal übernervig! Ich hab's... Nein! Ey, sag mal! Das war doch drüben! Hör doch auf damit! Hä, wir können das da gar nicht überwerfen! Ich will nicht mehr spielen! Ja! Ja! Okay, wo ist es? Oh, fuck ey! Danke! Nix Falsches, ja! Fuck, wir haben was verkackt! Ach, hier können wir das Wokal nicht holen, ist doch scheiße! Ja! Das ist nur Nebensache! Okay! Dann gehen wir jetzt mal da lang, würde ich sagen! Wow, das ist... Uh, toll! Oh, das ist da oben in dem Block! Nein, das ist nichts! Hä, was haben wir denn dann? Da muss noch ein Stein! Noch ein Stein! Oh, nee! Geil! Keine Lust mehr! Da unten war ein UFO! Ups! Warte, Moment mal! Scheiße, wir müssen die nicht! Mann! Tschüssi! Und jetzt? Oh, nee, oder? Jo! Hä? Tantbild! Ich merke schon! Nein! Nicht jetzt! Oh, nee! Oh! 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 Ja! Ja! Ja, dann musst du mich wohl neu einladen! Moment! Alte, vier! Okay! Es geht nicht! Es geht nicht! Ja! Ja! Lass mich doch aufstehen! Danke! Hä? Man kommt da nicht hoch, ohne! Ja! Ja! Ah doch! Kommt man schon! Ja! Verräts doch, du Bitch! Ah, da war er tot! Oh Gott! Ja! Alles klar! Ich hab gereinigt! Ja! Oh Mann! Ja! Du musst den Stein auf die Plattform werfen! Genau! Und jetzt hier rüber! Wow! Ich doch, Alter! Ich mach mal den Roboter! Ups! Ah, genau! No! I'm happy! Ich geh schon mal dahin, ne? Ey! Scheiß! Roboter, ganz im Ernst! Das ist die Frage! Wie komm ich dahin? Nein! Okay! Das ist hier! Machen wir nachher! Das... Das bringt nichts! Erstmal! Doch! Das Ding... Mach das Ding da weg da hinten! Ja, aber wir müssen da anders anfangen! Das ist so kompliziert! Mann! Dieses dumme Hugenfickteil da oben! Piss dich! Pack das mal mit den Nades aus! Ja, danke! Es hat uns aber gerade voll geholfen! Hä, was? Es hat mir gerade voll geholfen! Es hat mich nach oben gesprengt zu dem Stein! Nein! So... Mann! So, jetzt sind die alle wieder da... Okay, Lams! 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 Kann gehen! Du musst hier hin rein! Weil... Da kommst du ein bisschen dahin! Ah, stimmt! Warte! Ich muss mal kurz... Ich muss mal kurz Pauschen machen! Wisch gleich! Warum?! So! Da sind wir wieder! Wow! Das wird ein sehr gecutter Part! Ich müsste bloß gerade... Meine Eltern gehen auf ein Weihnachts... Spektakell! Oh Gott! Ey! Was ist das denn für ein stressiger Kack, ey! Danke! Man, ey. I do it, I do it, I do it. Es wird so einfach. So ein dummes Level. Naja, egal. Ich glaub, wir können shoppen. Ich glaub nicht. Wesenshammer alles. Ja, los ruhig dich. Ja, deine Schnauze. Ähm. Oh Gott, ich seh schon. Es werden jetzt alles solche komischen Level. Okay, was ist hier? Ah ja, da kann ich auf das Ding laufen. Bringt das was? Nee. Noch nicht. Wenn du da hoch gehst, bringt's auch nichts. Ah ja, da müssen wir dann wahrscheinlich später rein. Schwein! Okay, verstehe. Aber da kriegen wir das... Ah doch. Warte, du musst dich... Ja, genau. Schwein! Wie komm ich denn? Du musst Schweine... Oh mein Gott, es ist grösisch! Hä, wie kann ich die Schweine reiten? Wenn er da drauf springt. Ja, aber... Eigentlich doch. Ah, guck, ich bin noch drauf. Oh mein Gott! Alles klar. Was auch immer. Nicht schlecht, ey. Haja, das hat mir jetzt echt nicht geklappt. Ach so, wir müssen abspringen da. No, Alter, im Ernst. Ich dachte, du willst fertig werden mit dem Spiel, du Sack. Aber dich ärgerlich macht trotzdem Spaß. Ist auch knapp. Hast du alles gekonnt? Easy. Okay, was auch immer wir da machen müssen. Okay, und was bringt das jetzt genau? Ah, du musst da hoch. Du musst da hoch. Ne, es geht auch schon. Es geht auch schon. Das Ding ist voll aus jetzt. Ach so. Ja, es geht jetzt wieder an, ne? Weil es ist schon... Ist das Ding nie. Ey. So nicht. Ich sage, wenn ihr mal schon Spaß kriegt. So. Und was ist da hinten jetzt? Na, guck mal hier. Ja, es macht Sinn. Ach so. Hä? Nein, verwirrt. Muss ich jetzt irgendwo da hoch oder so? Mich da hoch? Ne. Hä? Okay. Ja, wir können ja jetzt nur eigentlich hier hoch, wenn dann... Aber irgendwie auch nicht. Oder? Klappt das? Ne, das klappt nicht. Hm. Ja, wir müssen noch mal safe, oder? Wir können Schweini holen. Ja, und was bringt uns das? Dann muss ich davon laufen. Ah. Stimmt. Und noch warten, bis das Ding hier wieder angeht. Damit weh drüber laufen kann, so. Du bist ein sehr cleverer Junge. Scheiß. Jetzt machst du ernsthaft? Geh doch weg! Geh doch runter! Du hast es grad angemacht. Okay, wir kommen da nicht mehr hin. Kannst du mich rein schlagen? Geh mal runter. Kannst du mich da rein schlagen? Ne. Na egal. Warte, ich hab... Die Macht ist mit uns. Komm. Ne, ne. Komm nochmal runter. Lauf dagegen und dann sprechen wir! Warte, du gehst mal vor. Du gehst mal vor. Dieses scheiß Loch da oben. Hör auf zu springen! Ups. Mann! Was passiert hier? Ja, 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 ja! Nein! Ach egal. Scheiß Ding. Wo ist Exit, Mann? Wow. Ich glaube, ich muss das Ding wieder anmachen. Und dann gehst du da rüber. Okay. Ja, spiel mal da rüber. Ah. Okay. Ich geh auf mein Exit, Mann. Ich komm jetzt her. Ja, ohne Probleme. Ich glaub, wir haben jeden einzelnen Juwel verpasst. Na ja. Waa waa. Ja, besser. Ja, meiner Tumblr. Ich einfach die Um Renee opposier. Jäsen. Oh! Und dass alle. Die Stegs sinddahalt. Alles. Ja, genau. Vär Ple Special. Jäsen haben eine Rundeера Die Stegs ist비 bis zuv Put Barker. Virginia. Wo Scrolls Britain, Bis zum nächsten Mal.